Der Segen des Korans ist im Lesen des Korans, ist Lernen des Korans, Praktizieren des Korans. Und wenn du wirklich den Koran ehren willst, dann musst du das, was du vom Koran lernst, verstehen. Und wenn du das verstehst, und wenn du die Bedeutung verstehst, dann wirst du das auch verinnerlichen können. Aber wenn du das nicht verstehst, zum Beispiel jemand liest den Koran, versteht nichts, dann wird man auch den Koran nicht verinnerlichen können. Deshalb, du musst lernen, deshalb empfehle ich euch, wenn ich zum Beispiel nicht Arabisch könnte, oder wenn auch Araber den Koran nicht verstehen, wenn nicht jeder Araber versteht automatisch, was im Koran ist, dann sollte man lieber langsam den Koran lernen, mit der Bedeutung, mit der richtigen Interpretation, und dann wird man das verinnerlichen, und dann langsam, langsam lernt man. Aber viel lernen und nicht verstehen, bringt nichts. Das ist der Sinn.